Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Projekts Bernerhof Heute werden wir vermeiden und ich habe ein neues Maierwerk gekauft. Unsere kleine Kruppel habe ich verkauft und dafür das gekauft. Ich glaube das ist eine gute Investition, sollte die Leistung gut zusammenpassen. Und ja, dann hätte ich gesagt steige ich hier gerade mal ein und fahre los. In dieser Folge stehen viele anzumähen. Ich möchte jetzt alle Flächen, die wir offen haben, abmähen. Und dann Heuen, die unten am Hof zu, möchte ich Rundbauen machen für die Erde. Also viele möchte ich auch noch verkaufen, aber eben Rundbauen machen möchte ich für beim Altersstall, sage ich mal so. Dort, wo die Milch in Heu rein, oben auf der Heubühne. Und dann oben möchte ich Quaderbauen machen auf dem Flachen. Damit ich die dort hin einlagern kann und noch etwas mit dem Ladewagen einfahren. Und genau das wäre der Plan für die nächsten Folgen. Und dann, sobald die Heuernte abgeschlossen ist, müssen wir uns auch von unseren zwei kleineren Traktoren verabschieden. Dafür kommt dann hier ein neuer Traktor auf den Hof. Mit einem komplett neuen System für Gületechnik. Weil ich möchte jetzt nämlich das hier etwas anders machen, als wir bis jetzt gemacht haben. Und da werde ich dann sehen, wie ich das machen sollte und warum ich das jetzt so machen werde. Aber eben nur so, darum zu sagen, die anderen zwei Traktoren werden alle kurzum vom Betrieb verschwinden. So. Genau, dieser Traktor hat ein Update bekommen, darum ist jetzt auch etwas andere Sachen. Aber das stört ihnen weiter. Und ja, dann hätte ich gesagt, würde ich starten mit dem Zeitraffer. Das stimmt. Das stimmt. Okay, bis jetzt. Das war's für heute. 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 You and me, When we're in a full fight. Das war's für heute. I know. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020